Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer wahren neuen Runde Let's Play Minecraft Ach schade Hardcore 2 Oh Mit dem Brausmaus Hallo Hier wieder am Stehsel So, wissen wir eigentlich gerade? Ja, ich komm gerade hoch Du kommst gerade hin Ha 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 Das war so lustig Geh doch mal weg da It is night Day night Super Wir sind noch zu klein, unsere Bude Ja, bisschen grün Mach bloß die Essens chestnut kaputt Und dann? Welches Level bist denn? Ich bin acht Was ist denn das hier? Was? Was hast du da für ein Filmprojekt versucht? Ja, ich bin auch acht Ey, jetzt müssen wir... Okay, ist auch eine schlaue Idee Ey, wenn dann mal der Tag ist, dann suche ich mal nach Schafen Ja, das ist nicht Das wollte ich jetzt gerade eh machen, aber... Ich hab' keine gefunden Ich glaub' hier sind echt wenig Schafe Ja Ja, da müssen wir glaub' ich schon ein bisschen weiter gucken Naja, kann man schon finden Ja, auch freundlich Ach so Ah, genau Wenn wir dann noch Schafen... Wo biete ich denn jetzt? Ja, du Spaß Wenn wir dann Schafe gefunden haben Dann will ich auch mal ein Schild Ein Schild machen Ja, das ist eh nicht so tolles Schild Naja, du kämpfen kannst bestimmt was bringen Gehst du in die Höhle oder was machst du? Nee, ich baue meine Spitzwecke kaputt Okay, ich geh' in die Höhle mal Ah, ja Ah, ja Genau das wollte ich ja brauche Ich bin nicht gerade aus der Höhle raus, als geh' wieder nachher Ja, was soll man noch anders machen in der Nacht, ne? Ja 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 Mensch, das ist mal wieder absolutes Highlight Das haben wir mal drei Parts auf Lager Sag mal, das haben wir ewig nochmal Das stimmt Das ist übrigens So 1 Boah Soll ich dir irgendwas mit dem von oben? Nee Boah, die Skelette macht echt gut Schaden Wow Wow Drei Herzen Wow, die macht ja ja Boah Ja, die macht ja wirklich krass Schaden, ey Alter So Okay, ich geh' runter Ey, wär' ich jetzt nicht weggegangen, dann wär's echt verdammt gefährlich geworden Boah, er muss echt vorsichtig sein, krass Vor allem wenn die dann einen so richtig, äh, zuspermen Ja, wenn die zwei, dreimal hitten, Alter, dann wird's schon, dann wird's schon verdammt gefährlich Also auf der linken Seite sind dann gleich welche Ey, ich steh' keines Ja, hier Wenn du hier lang gehst Klaue meine Experience mal Alter Ach, echt gut Schaden Wo ist die Zwei? Goodnight, wieder nur 3 Herzen. W darlein, krass! Wir brauchen Rüstung, wir brauchen sicher Rüstung. Unbedingt, das ist verdammt wichtig! Alter Falter. Aber da gibts zu viel Eisen in den Dungeons. Ja, trotzdem, also, boar. Das chuke ich halt, aber natürlich hier. Ich baue mir jetzt auch noch irgendwie geradeaus und es tun wir mal ein wenig Eisen. Ey, wir müssen uns mit dem Brustpanzer machen, weil ohne Rüstung, ey, da können wir echt nicht lang in der Höhle überleben. Die sind echt heftig, man. So, gerade wieder saugfährlich. Alter. Alter, mich hat das Skelett so richtig verfolgt. Ist doch gut, ist doch schön. Alle beide haben mich verfolgt, die dich angegriffen haben. In dem Hardcore-Modus, das ist geil, yeah. Ich bin so richtig erschrocken, Alter, wie auf einmal hinter mir standen. Schon haben wir Eisen, als hätte ich es geordnet. Also wenn wir jetzt 16 Stück haben, ja, haben wir eigentlich jetzt 11 sind in der Chest und ich habe... Ach, ja. Ja, wir können uns das bei dem Brustpanzer machen, erstmal, das ist so, so müssen wir anfangs ganz gut. Ja, ich habe selber noch ein wenig Eisen. So, die Welt wurde gespeichert. Ach, das ist im Trin. Nein, mit dir. Braucht Fude. Ja. So, was kann wieder, nein, scheiß Granit, scheiß. So, spinnst du, sorry. Der Schmarrn, der Schmarrn. Wann willst du wieder Tag? Ja, okay, da kann man es ja fast eine ganze Rüstung machen. Ja, ich kann es ja nicht. 8, 4, und 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7, 8, 9, 9, 9. Was fehlt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5. 4, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7. um reicht leider noch nicht also eine halbe Rüstung können wir uns auf alle Fälle schon mal machen das passt auf alle Fälle und es macht sich eine komplett Rüstung in der Kraft am Morgen mit 1 1 stimmt also jetzt hätten wir schon genügend Rüstung trotzdem noch zusätzlich dann neun Eisen da will ich gar nicht mehr machen sie machte hier mein Gott die Befragung nicht dass du wieder weinst so kennen wir nicht und es zu Wort die Lippo ist konnte nur kleines Gelächter der Riesse Schauer hat sie kommt der ist er hat es sagt er hätte geblieben es lässt sich nicht Kostakrappel schießen wir mal ab und jetzt schießen das dann gerade nur lebende bewegungslos vor mir das Leben gechillt wir schauen mal die stehen nicht ganz anders da die Stimme mit beiden Armen unten so das für die Chile ja voll krass so ja die laufen möglich nur noch wenn sie zielen so dass wir als die die Spieler werden beziehen nicht schlecht jetzt wird die Tag jetzt können nicht scharfe suchen soll das machen und ich die Kuh muss man bei ihnen geworden aber der Knochen kann nicht erst tun ich kenne uns auch bald mal ein paar Hunde holen und das will ich jetzt machen ich bin ganz dazu was machst denn du warte kurz, ganz kurz oh das hätte ich auch Stein machen sollen nicht ich bin was machst du denn André André was macht der denn wieso wird jetzt die linke Hand bevorzugt hat ach so weil ich ja nichts anderes hätte hinbauen können André hallo was macht denn der was machst du denn warte ich warte ich ja merke ich ok jetzt höre ich nicht wieder was hast du denn gemacht es hat jemand geklopft der verwirrt war der verwirrt war ja du verwirrst mich gerade so bin wir wie sollst du dann verlassen so mir oder so tötet mich man kriegt jetzt drei Türen weißt du das schon ja heftige Sache äh tolles so ne die ich eigentlich hättest mir ja gleich gesagt dass das schon seitdem war das schon in der 1.8 so ja schlau was naja ich hab grad eine Tür die nach hinten geht und eine dann vorne ist ja also Zuckerrohr hab ich auch ein bisschen schön das war zum Beispiel unser Haus schon schön heimisch das war im letzten Part zum Part im letzten Hardcore Anfangs ist äh am Ende das Problem genau echt ja ja weil wir uns da hab ich doch die ganze Zeit Zuckerrohr gesucht weil wir so einen Verzauberungskräger machen wollten äh mh was wollte ich gerade machen hä mal Essen holen und wir brauchen aber auch wieder Essen jetzt jetzt haben wir nur noch einen Apfel und ein Hühnchen ja ich äh schlachte gerade ein paar Schweinchen der ist aber blöd wenn man dann gedrückt hält wenn man in der linken Hand Fackeln hat und gerade isst dann baut man danach immer gleich auf Fackeln hin dann tut das Essen auf auf links Minecraft basiert ja mehr so also einigermaßen eigentlich auf logischer Basis ne also alles ziemlich logisch zu machen ne schön kann dich und so ne ja mein Gott du weißt was ich mein ja äh es ist aber sehr komisch von denen dass sie so spät erst drauf kommen dass Menschen zwei Hände haben ja also schon Blitzmärker da die lieben Mojang äh Microsoft mir leider ja aber ist ja noch Mojang so hast du schon Schafe gesehen irgendwo ne gar nicht ich auch nicht ich auch nicht allgemein ist es keine Schweine keine Kühe ne doch hab ich schon grad ein paar abgeschlachtet ok Hühner aber Hühner und Massen ja ja aber Schafe gar nicht ach da bist du ja halt ach oh hab ich heute getötet äh nein äh doch oh hier ist ein Lavasee ein See das ist ein Deichler ach ach ich bin wenn ich ran zu mir will trinkt ich stehe so ägliche und wechseln wenn ich hühner gezählt krass da legen auch Eier ohne Ende äh sieben Fleisch passt boah Riesenwiese ne Riesenwiese aber nix nix da nix drauf nix scharf nix scharf hey wir sind ja echt für eine Schärfe da war der gibt's auf einem anderen Weg wo er nie ne ja ach nein können Eier immer nur noch 8 gestackt werden denn ich habe auch scheiße zum Beispiel Schneebälle auch nur 16 warum in der PNL auch nur 16 ja verstehe ich gar nicht oh da unten ist ein kleiner Zuckerrohr nee 30 Stück also ich hab immer noch in der Zeit die mir das Ding hier let's playen das Ding ja weiß schon Hardcore 2 halt oh ich hab ne aber ne Burg gefunden so ne Wüstenburg die ist zwar auch immer nur Schmarrie drin aber ein Wüsten Tempel ja genau Füchstenburg aber besser wie nichts aber ich hab seitdem wir das in Let's Plane wirklich noch kein einziges Schwein und Huhn gesehen also weil ich nicht erinnere die Schweine habe ich viele schon gesehen und alle tot jetzt ja oh Gott die einzigen Schweine hier statt dass man sie züchten ne ach unnötig hier hatten sie alle auch nur Gott ich habe noch drei Hungerkollen Krass geht schnell weg das ist sauheftig ich mache mir eine Hacke Hacke Spitz Hacke ich mache mir eine normale Hacke mal gucken wir im Urlaub auf 1000 Abos kommen also während ich im Urlaub bin mh hihihi nachher du im Urlaub bist ne das wär cool ne das wär cool ne das wär cool ist ja scheißegal wo ich grad bin ne aber wär cool wenn wir so schnell noch schaffen sind auch nur 50 Stück ungefähr kann gut was werden ne Leute strengt euch an holt eure Omas Opas Mama Taten alle abonnieren Mama Taten Mama Taten ja die Mama Taten ne schön hast du auch wenig Wasser hin ja danke sehr da vielen Dank wieso hast denn du kein Wasser hin boah ist 8 Eier kein Chicken kein Chicken ja schöne Fackel bauen noch so was hab ich gerade gehört 15 Lava Alva brennt ja ewig ne ja der brennt lang voll ist nicht schlecht was wir auch machen könnten was eigentlich viel effektiver ist oder effizienter eher nicht effektiver weisen ja drei Viertel zwei Mal schon ja und das war's auch schon wieder mit diesem Band ich hoffe wir sehen uns im nächsten Band tschüss und auf Wadasan tschüssi tschüssi mh mh mh